Also, wie lautet Ihr vollständiger Name? Laurence Emmanuel James Allian. I love you! Hust! Erklärt zu viel. 300 Seiten, damit wir begreifen, dass die Tür Tataf in den Arsch fickt. Das ist Folter. Glückwunsch, Laurence. Ist nur ein kleiner Preis. Stoßen Sie heute Abend auf uns an, wenn Sie ihn eins hatten. In Erraschung! So ein D-Sherry! Schon als ich dich das erste Mal gesehen habe, Fred, hatte ich das Gefühl, dass es klappen würde. Ich liebe dich, aber ich muss dich lieben, wie ich bin. Ich will eine Frau sein. Soll ich mich jetzt damit quälen? Soll ich mich fragen, ob ich eine schlechte Mutter war? Ist mir egal! Ich will wieder neben ihm aufwachen. Und dein Vater? Dein Vater akzeptiert dich nie als Frau. Ich brauch dich doch auch, Fred. Ohne dich schaff ich das nicht. Wir ziehen das gemeinsam durch. Das ist ein Schock. Mann, oh Mann. Ist das ein Revolk, Kim? Nein, sehr. Das ist eine Revolution. Unsere Generation kann damit umgehen. Wir sind bereit. The sky is the limit. In diese Aufmachung gehst du seit... Erst seit heute. Wollen wir Papa überraschen? Ich könnte mit dir mitkommen. Und was ist der Kommentar, den du dir am häufigsten anhören musst? Das ist speziell. Also, das finde ich auch. Das ist speziell. Die hatten wir zunächst zurückgehalten. Wir wollten sie nicht belasten. Was ist das? Ein Zeitungsartikel? Es wird alles gut, Laurence. Wir lachen nicht mehr gemeinsam. Weck mich, Alter. Du siehst ja aus. Ey. Mama, ich bin's, Laurence. Darf ich einfach vorbeikommen? Geht das? Mama, es ist wichtig. Es ist wichtig. Ich hatte nie das Gefühl, dass du meine Mutter warst. Ich nie das Gefühl, dass du mein Sohn warst. Für mich warst du mehr meine Tochter. Es gibt niemanden, der uns das kaputt machen kann. Verdammte Scheiße. Außer dir! Nein, außer dir! Du hast das hier gewollt, Laurence. Wir haben's versucht, wir haben's gemacht, aber du könntest nicht alles haben. Ich hab mich entschieden, im Körper einer Frau alt zu werden. Aber auch Frauen, Alter. Aber vorher sind sie erblüht. Hast du schon mal deinem Freund eine Perücke gekauft, ja? Und hattest du schon mal Angst, dass er zusammengeschlagen wird, wenn er auf die Straße geht und du ihn nicht in einem Stück wiederkriegst? Ich hab mich entschieden, dass er nicht in einem Stück wiederkriegst ist.